und sommer willkommen zu diesem neuen projekt auf meinem kanal wie ihr schon sehen könnt um captain tods Thresher Tracker genau mensch so wir haben jetzt direkt einen schatten mit dem tutorial wie ich das hier sehen kann den rechten stick drehen wir die sich um ja danke tods ja das war schon der erste Porsche Stirn ich wollte noch bisschen was vom Spiel sagen erschienen ist das ganze 2018 13.07.18 ist ein port von dem video game und für die switch version gibt es da normalen spezial weltlevel oder wie das jetzt heißt spezialepisode beinhaltet neue level und so das werden wir dann alles schauen jetzt beginnen wir mit captain tods Thresher raker nein spei- beispiel können wir auch machen ja aber wir sind alleine deswegen auf der spur der sterne vr-modus gibt es ja auch es wurde ein vr-modus in dem du mit der toycon vr-brille spielen ja brauchen wir nicht und spezialepisode gibt es nun auch begleitet kapitän tod und todette auf der suche nach einer wundersamen krone ja das werden wir dann erst am ende spielen nachdem wir die hauptstory durchgespielt haben und deswegen stammen wir auch direkt rein das spur der sterne neu aufbruch am grupppass und dann let's go schönes adventure captain tod dein eigenes spiel also wenn ich hier mit dem controller hin und her bewege sehen wir diesen blauen punkt a macht tot a y macht das hier x können wir hier heranzoomen ok und mit dem rechten stick können wir einmal umdrehen ok ja münzenblume fragen was ist was ich damit machen kann mit l dreh ich einmal komplett um ja weiß und er anders dass man sich hier rein finden oh oh moment nice sache ein shy geister das ist ja auch mal der disson fragte ist wie komme ich da jetzt ran abmesslich hätte mit dem hammer gehen muss mit z r kann ich jemanden berühren ok oh ein pilz noch ein edelstein münzen haben wir da unten aber ruhig jetzt nicht das level zu beenden müssen wir den stern einsammeln ok auf dem weg dorthin die ganzen sachen hier einsammeln goldpilz eingesammelt ach den haben wir leider nicht kannst jetzt mit pixel torte verstecken spielen berühren zum spiel das pixel trot symbol auf der switch oder drücke z r ja wollen wir nicht ich sammeln jetzt mal kurz den goldpilz ein also immer alles einsammeln wie es geht so ein kurzes kleines speedrun hier ne dann lassen wir mal so ja schön mal schauen ob wir wirklich auch alles finden wenn es geht auf jeden fall immer erst weiter wenn wir das level abgeschlossen haben kauf im gucki wumms tempel also zu mir mal ein bisschen dran also zu mir mal ein bisschen dran jetzt ja komm ich auch ich komme noch vorbei geil ja hier müssen wir einmal kurz warten da ist was hinter die blume hätte ich mitnehmen können mhm ne äh so ok ich glaube ich habe da was verpasst da ist die blume hätte ich damit Nummer 3 Ach hier rein Aber ich habe den Goldpilz noch nicht Wenn hier einer sein soll Oder alle Münzen sammeln Kann ich das so anhalten Sogar damit Aber wie geil ist das denn Oh du Oh jetzt die Hier ist jetzt nichts mehr Ah nice AD Ah Moment Ne da ist auch nichts mehr Also kann ich mit dem Dingern jetzt Also mit dem blauen Ding Ja einfach anhalten Ja cool Hm Habe ich diese Mission geschafft Oder nicht Wirklich nichts zerstört Hm das ist geil Kleiner Tipp für findige Abenteuer Tippe die Switch an Um Objekte zu manipulieren Und Gegner zu behindern Ja das habe ich gerade jetzt am Ende gemacht Nur im TV Modus Spielst du verwende Stattdessen den Zeiger Und drücke ZR Danke für den Tipp Der jetzt aber paar Sekunden zu spät kam Ne Oder paar Minuten Die Brücke nicht zerstören Äh Lieber heranzoomme Das ist noch eine Spezialmission Alle Münzen sammeln Nicht getroffen werden Oder keine Ahnung Was noch kommen könnte Pilzeinsammeln Irgendwas nicht zerstören Vielleicht gibt es ja irgendwas am Ende wenn man alles hat Und sogar diese Mission Tückische Tippsteine Weiß ich so Vier Level Pro Folge Wäre schon gut Oh ja Das ist jetzt interessant Oh Nummer 1 Da kann ich runter Okay das sind jetzt noch diese 3 ne die ich bewegen kann Schlüssel wegschmeißen Schlüssel wegschmeißen Okay Oder mit Plus Nummer 3 Sehr schön Er kann diese Beschreibung jetzt mal wieder weggeben Er kann diese Beschreibung jetzt mal wieder weggeben Okay wie komme ich da jetzt hoch Ups Er kann da ja rüber laufen Geh erstmal Schlüssel Ah schöne Musik Ach komm da jetzt hoch Ich kann ja auch nicht so weiter Hm Komm ich da jetzt irgendwo lang? Und das ist auf jeden Fall der andere Kristall Ah ok Oder noch Münzen? Nein Okay hier sitzt jetzt wirklich gar nichts mehr Hab ich geschafft Also haben wir gesammelt Vielleicht gibt es ja sowas unter 30 Sekunden oder so Bitte was? Tippsteine nur dreimal berührt? Wow da muss ich mir das mal anschauen Natürlich Direkt zum Ziel Direkt zum Ziel ne Eins Zwei Ja easy Drei Ah coole Sache Diese Mission Und weiter mit dem nächsten Level Steinpilz Plateau Amiibus können wir ja auch einsetzen Kann ich durch? Kann ich durch? Vielleicht die Gegner besiegen Geht ja auch Ah fliegt genau dahin Oh cool Sehr interessant Und das ist noch einer Wie komme ich Wie komme ich da hin? Ich habe es gesehen Ja Mh Wenn wir mal eine Mission direkt am Anfang schaffen Bei einem Level Das wäre natürlich jetzt sehr interessant zu wissen Ah ja Hier geht es unter Nee Irgendwann muss ich noch teilen Achso ok von oben muss ich irgendwie jetzt Kann ich da hin? Sehr schön Da sind noch ein paar Münzen Oh Welch mal vielleicht holen Ein Gegner noch besiegen Auch noch ja Jetzt ist die Frage wie komme ich auch Oh Ganz einfach sowas Und ab Okay, vielleicht Gegner besiegen. Das wäre natürlich jetzt krass. Aber für den Anfang doch ziemlich nice Level. Ja, alle Gegner besiegen. Ob ich das irgendwie gerochen hätte? Okay, machen wir das noch? Ich hab den nicht getroffenen Gegner. Nein! Okay, einfach so nervig, ne? Hä, der kann doch da eben auch lang. Unterstreich ich so. Sehr schön. Du, 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 du. Ja. Ja. Level. Episoden. Wie auch immer mal hier das nennen mag. Oh, das war schon die erste Welt, wie ich sehe. Oder? Der erste Kapitel. Ja, dann geht's beim nächsten Mal mit so wilde Akt zur Glutspitze mit dem ersten Level an. Und schauen, was uns zu erwarten wird. Ich bedanke mich herzlich für zuschauen. Sag nur noch nicht mehr, ob das hier bleibt. Und tschau. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.